Keine Sorge, liebe Zuschauer, die Sonnenbrille ist nicht, weil es hier im Studio so hell ist, sondern ich sehe sie gerade und ich werde das auch tatsächlich im Nachhinein nochmal angucken können. Was ich damit meine? Ganz einfach. In der Sendung jetzt das Beste aus dem Pearl-Katalog beschäftigen wir uns mal mit Sicherheit. Und Sicherheit vielleicht auch im Sinne von ab und zu mal was filmen, was ganz witzig ist, wenn es keiner sieht. Und das erste Produkt, mit dem Sie was aufnehmen können, ohne dass er einer sieht, das habe ich hier auf dem Kopf. Das ist nämlich von Pearl unsere Sonnenbrille, die eine echte HD-Kamera integriert hat. Ich finde sowas total toll für den Sommer, für den Sport, im Winterurlaub, Skifahren. Da kann man nämlich ohne irgendwo an einem Ski-Helm eine Kamera montieren zu müssen, tatsächlich mit einer Sonnenbrille, das heißt also gleichzeitig noch UV-Schutz, dann tatsächlich all die Dinge aufnehmen, auf die man hinschaut. Für ganz kleines Geld, noch nicht mal 80 Euro bei uns. Und das Tolle ist, dass Sie hier wirklich eine Menge drauf kriegen. Und unser Roman, der war auch einfach mal cool und ist los und hat mit dieser Kamera aufgenommen. Der ist einfach mal durch die Studios gegangen. Ein paar Leute haben sich gewundert, weil sie dachten, naja, so hell ist es nicht. Aber er hat einfach mal schöne Bildaufnahmen gemacht. Und dass diese Sonnenbrillenkamera wirklich ultrascharf aufnimmt, das sehen Sie hier im Film. Das ist der Andi, das ist bei uns derjenige, der für die Produktvorbereitung und auch für die Redaktion zuständig ist. Das ist der Herr Hamann. Und hier sehen Sie mal so einen kleinen Blick hier in unsere Regie. Unser Stefan für den Ton und da sind wir schon am Set. Also das ist die Aufnahmequalität von dieser Kamera. Und es wird kein Mensch bemerken, denn die Kamera ist auf einer Seite der Brille schon integriert. Das heißt also, in dem Brüllenbügel steckt die komplette Technik drin. Da können Sie auch eine sogenannte Micro-SD-Karte, also so eine kleine Speicherkarte mit reinpacken. Und dann haben Sie hier jederzeit bis zu 45 Minuten Zeit, wunderschöne Aufnahmen zu machen. So lang hält nämlich auch der Lithium-Polymer-Akku von dieser Sonnenbrille. Und das ist alles in den beiden Bügeln integriert. Für mich eine ganz tolle Technik. Hier vorne sehen Sie es. Da ist die Kamera drin. Hier haben wir gleichzeitig nochmal ein kleines Löchlein, damit das eben auch symmetrisch aussieht. Die ist totschick, die Sonnenbrille. Hat UV400 Sonnenschutz, also kann Ihnen auch im Urlaub bei Sonne nichts passieren. Und gleichzeitig haben Sie aber eben hier sofort immer eine Kamera mit auf der Nase. Und hier unten, sehen Sie es, alle Bedienelemente, die ich brauche. Das heißt also, an-aus-machen und auch die Speicherkarte werden hier in diesen Bügel, nämlich genau in den hier, mit reingesteckt. Und schon kann es losgehen. Ich finde das toll, denn wenn Sie vielleicht mal eine lustige Feier nachmittags, abends am Wochenende haben, die Sonne scheint und Sie wollen einfach mal die Familie, die Freunde oder die Bekannten, ohne dass es jemand mitkriegt, filmen, dann ist das wirklich eine ganz tolle Sache. Unter 80 Euro, nämlich 75,91 Euro für so eine tolle Sonnenbrille mit integrierter HD-Kamera ist wirklich ein absoluter Knaller. Übrigens zum Thema Speicherkarten kommen wir zum Schluss noch. Also die sieht richtig schick aus, ähnlich wie so eine Pilotenbrille, hat eben den UV-Schutz, aber kann eben in HD-Qualität aufnehmen. Und da finde ich uns bei Pearl TV immer wieder toll, denn ich habe solche Kameras selten erstens mal für das Geld gesehen und zweitens, dass man sowieso so überhaupt irgendwo bekommen kann. Wollen Sie die haben? Können Sie gerne. Sagen Sie im Callcenter einfach, ich hätte gerne diese Sonnenbrille mit der Bestellnummer NX4094 unter 569. und schon können Sie in aller Ruhe, so wie unser Roman hier, gemütlich aufnehmen. Und überall da, wo Sie hingucken, wo was passiert, haben Sie eben dann auch sofort die Aufnahme inklusive in der Brille. Finde ich eine sehr tolle Sache. Also ranhalten, denn solche Kamerabrillen und überhaupt das Thema ist bei uns wirklich sehr, sehr, sehr beliebt. Wenn Sie jetzt noch in den Urlaub starten wollen, in einigen Bundesländern ist ja noch Ferien, dann ist immer das Thema, nehme ich ein Fotoapparat mit oder leiste ich mir einen Camcorder? Fotoapparat macht immer Momentaufnahmen. Das ist einerseits eine sehr schöne Sache. Ich finde aber persönlich Filmen wesentlich interessanter, weil man viel, viel, viel mehr mitbekommt. So, wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie kriegen von uns einen super flachen Full-HD-Cancorder, nicht für 400, nicht für 300, nicht für 200, noch nicht mal für 100 Euro, sondern für 48,50 Euro, dann haben Sie den entscheidenden Vorteil, dass Sie einen kleinen, kompakten Full-HD-Cancorder für ganz kleines Geld bekommen und vor allem auch Ihre Kinder jederzeit mal mit dieser Kamera filmen können. Mit dem Camcorder kann nämlich auch, sollte er mal runterfallen, eben nicht viel Geld kaputt gehen. Und er macht wirklich gute Aufnahmen. Unsere Anja und die Nives, die waren mal unterwegs bei uns auf dem Hochblauen. Das ist ein wunderschöner Berg, den ich auch des öfteren Mal befahre. Und da ist ein wunderschöner Aussichtsturm oben drauf. Und jetzt schauen Sie sich mal das Blick an. Man kann bei uns den Blick an. Man kann bis in die Schweizer Alpen von da oben gucken, bis in die Vogesen. Das ist bei uns im Schwarzwald. Und da oben ist es traumhaft schön. Vielleicht auch mal ein schönes Urlaubsziel für Sie, denn das Preisgau ist wunderschön. Aber schauen Sie sich mal die Bildqualität von den Aufnahmen an. Und das in Full HD für 48,50 Euro. Der Vorteil, der ist klein, der ist kompakt, der ist leicht. Das heißt, den kriegen Sie in jede Tasche, in jede Fahrradtasche, Satteltasche. Einfach auch mal bei sommerlichen Klamotten jederzeit mal in einen kleinen Brustbeutel oder eben einfach so in die Hand. Denn der ist wirklich ultra kompakt, flach und klein. Hat natürlich ein wunderschönes, großes Display mit integriert, damit Sie auch sehen können, wer gefilmt wird. Oder wenn Sie selber mit drauf sein wollen, dass Sie wissen, bin ich jetzt tatsächlich im Bild. Und ein sogenanntes Touch-Display, das heißt also Menüsteuerung und Informationen können Sie hier über das Touch-Display steuern. Er ist super einfach zu bedienen, denn ich habe eigentlich nur drei Knöpfe für An-Aus fürs Menü. Und wie Sie sehen natürlich hier dann für Home. Das heißt, ich komme jederzeit aus jedem Programm, was ich hier gerade sozusagen bediene, wieder zurück auf den Startbildschirm. Sie haben einen achtfachen Digital-Zoom mit drin, den Sie ganz einfach hier oben über diese beiden Wippen steuern können. Das heißt also, ranzoomen, wegzoomen, machen wir es mal so, geht hier absolut kinderleicht. Jetzt drehen wir es nochmal um. Et voilà. Jetzt schauen Sie mal, jetzt kann ich richtig schön ranzoomen. Für 48,50 Euro, liebe Zuschauer. Diesen Somicon Full HD Camcorder, das ist einfach ein Muss, dass man hier zugreift. Denn normalerweise, ich habe es gerade gesagt, 100, 200, 300, 400 Euro, überhaupt kein Problem für einen Camcorder auszugeben. Schon wenn er in Full HD ist. Wir liefern Ihnen hier zu diesem super kleinen Preis sogar noch eine Software-CD mit. Das heißt, Sie können nachher Bild bearbeiten, Sie können Texte mit reinschreiben. Und unser Ugo war auch mal unterwegs und hat mal abends schön an einem Baggersee Film gemacht. Und dass da natürlich so ein wunderschöner Sonnenuntergang mit einem Foto eine Momentaufnahme ist, ja okay. Aber schauen Sie mal, das alles mal richtig zu filmen, wie glatt das Wasser da liegt. Kein Wind, nichts. Das sind einfache Aufnahmen. Die kann ich mit diesem Camcorder für so kleines Geld wirklich perfekt machen. 48,50 Euro für diesen Full HD Camcorder finde ich Granate. Denn für so kleines Geld kriege ich neueste, aktuellste Top-Bild-Technik zu einem ganz, ganz, ganz kleinen Preis. Und vielleicht haben Sie zwei Kinder, zwei Enkel, mit denen Sie jetzt noch irgendwo hinfahren. Dann ist das überhaupt kein Thema hier für wenig, wenig, wenig Investitionen unheimlich viel Spaß zu kriegen. Und am Schluss passt er auch ins Handschuhfach, passt er auf die Mittelkonsole. Also überall da, wo Sie normalerweise ein Foto gemacht haben. Werden Sie jetzt filmen. Und das geht ganz einfach mit der Bestellnummer PX8315 unter 569. Und ein Audio-Video-Ausgang ist übrigens auch noch im Gerät integriert. Das heißt, Sie können sofort, wenn Sie wollen, alles das, was Sie aufgenommen haben, auf den Fernseher weiterleiten. Und das ist dann natürlich toll. Dann kann ich einen richtig schönen Dia- und Filmerabend von meinem Urlaub machen. Von den schönsten Eindrücken, die ich gesammelt habe, finde ich wirklich schön. Außerdem ist er traumhaft schön im Aussehen mit dem Chrom, mit dem Hochglanz schwarz. Und vorne sehen Sie eben auch noch hier den LED-Blitz. Und damit kann ich dann eben auch noch mit diesem wunderschönen Camcorder, mit dem Full-HD-Camcorder, sogar Fotos bis 12 Megapixel Auflösung machen. Also eine Digitalkamera und einen Full-HD-Camcorder in einem für 48,50 Euro. Und den Zweien hat das sichtlich Spaß gemacht. Und das sind eben Aufnahmen, die man dann auf seinen PC speichert und sich immer wieder angucken kann. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Also, bestellen Sie sich 48,50 Euro. Ich sage es Ihnen nochmal, PX8315 und die 569. Und dann kommt dieses kleine, kompakte, wunderschöne Gerät zu Ihnen nach Hause. Wenn wir jetzt schon beim Thema Sicherheit sind, denn Sicherheit ist natürlich auch, dass ich, wenn ich mal was aufgenommen habe, weiß, okay, das und das ist passiert. Dann kommen wir jetzt zum Thema Autokameras. Und auch da biete ich Ihnen eine überragende Autocam an. Die, würde ich mal sagen, Wurzeln der Autocams liegen eigentlich in Amerika. Da gibt es heute große Autovermietungen, die keinen Mensch mehr ohne diese Autokamera fahren lassen. Denn, Sie haben das vielleicht selber von Bekannten und Freunden schon mal gehört, mit Mietwägen wird nicht sonderlich pfleglich umgegangen. Und da haben die Amis damals gesagt, wir setzen Autokameras ein. Und nicht überraschend für mich, Tatsache ist, dass die, sagen wir mal, ja, Nutzung der Autos wesentlich länger vonstatten geht. Denn es wird wesentlich pfleglicher umgegangen mit diesen Autos. Man kann es natürlich auch perfekt als Taxifahrer verwenden, denn, jetzt kommt was Interessantes, diese Autokamera hat zwei Linsen. Das bedeutet also, eine Linse filmt nach vorne raus die Straße und die andere, die drehe ich nach einfach hinten in den Fahrgastraum. Sie sehen meine Hand jetzt hier. Oder ich filme einfach mal nach hinten raus. Und am Schluss fährt beim Autofahren auch hier in Deutschland auf unseren Straßen tatsächlich auch Sicherheit und ein zweiter Zeuge mit. Denn stellen Sie sich mal vor, im Falle eines Falles und es knallt, dann habe ich hier sogar noch mit Zeit- und Datumstempel in HD-Qualität tatsächlich auch einen Unfallhergang gefilmt. Und sollte es tatsächlich mal zu einer Verhandlung kommen, weil im anderen Auto zwei Menschen gesessen sind, die sagen, nein, wir waren nicht schuld, dann hätten Sie am Schluss auch noch hier wirklich einen, ja, unbestechlichen Zeugen, der Ihnen eben mit Zeit- und Datumstempel auch sagt, wann das denn genau war. Sie können hier bis zu 32 GB Micro-SD-Karten reinpacken. Das heißt also eine ganze Menge Zeit, um aufzunehmen, bis zu zweieinhalb Stunden. Es ist auch Ihnen überlassen, wie Sie aufnehmen wollen. Entweder Sie lassen die Kamera mit einem sogenannten Endlos-Modus laufen. Das heißt, es wird immer die älteste Aufnahme automatisch überschrieben. Sie können aber auch zwei- und fünf-Minuten-Sequenzen hier einstellen. Die Bedienung ist absolut einfach, denn wir haben am Gerät hinten dran mal gerade fünf Tasten. Ich zeige es Ihnen hier, mit denen ich dann hier meine Kamera ganz einfach bedienen kann. Akku ist übrigens auch mit integriert und das ist wirklich eine tolle, tolle Kamera. Wir hatten sie vor kurzem jetzt zum Mega-Deal mal vorgestellt und die war sofort ausverkauft. Was ich auch noch toll finde, wir haben hier vorne diese vier kleinen weißen LEDs drauf und die haben einen ganz wichtigen Sinn. Denn die reagieren sofort per Nacht mit Bewegungsmelder, ob sich am Auto was tut und zeichnen in Nachtsicht auf. Das heißt also in schwarz-weiß, denn nachts gibt es keine Farbe. Und sollte jemand mal an ihr Auto rumpeln durch den Bewegungsmelder, springt die Kamera dann automatisch an und Sie können das perfekt bedienen. Übrigens, interessant ist das tatsächlich, denn der Akku, der hier integriert ist, hält selber circa 35 Minuten. Also immer für den Bereich, wenn sich was tun sollte, wenn eine Erschütterung am Auto ist und Sie sind nicht im Auto selber drin, zeichnet die Kamera eben auch auf. Wenn Sie Panorama-Blicke haben wollen, nach vorne raus, können Sie übrigens auch beide Kameras parallel nach vorne zeigen lassen. Dann haben Sie fast 240 Grad Blickwinkel, denn eine Kameralinse schafft allein schon 120 Grad Blickwinkel und das ist wirklich eine tolle Sache. Bei uns in Deutschland ein immer größeres Thema, in Amerika sowieso Standard, auch gerade bei eben den jungen Leuten, die mit 16 den Führerschein kriegen. Und auch da sind solche Kameras sehr, sehr, sehr gut, denn man hat es in Amerika gemerkt, die Unfallzahlen, gerade bei jungen Verkehrsteilnehmern, die sind sehr, sehr, sehr zurückgegangen, seitdem diese Autokameras auch mitverwendet werden. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und wenn Sie sich mal den Preis angucken bei uns, da brauche ich gar nicht lang zu fragen. Und wenn Sie das haben wollen, mit Mikro und Lautsprecher integriert, dann gibt es für Sie jetzt auch eine Bestellnummer. Und das ist die PX3693 und die 569 und damit fährt bei Ihnen ab sofort Sicherheit mit. Und wenn Sie was Schönes sehen, brauchen Sie nicht extra mit einer Digitalkamera im Auto rumzuhandeln. Nein, vorne an der Scheibe ist Ihre Kamera. Und damit kommen wir logischerweise am Schluss, was das Thema Überwachung betrifft, zu Ihren eigenen vier Wänden, zu Ihrem Betriebsgelände, zu einer Scheune, zu einer Hofeinfahrt. Und da biete ich Ihnen jetzt von, und das ist wirklich ein absolut tolles System, Visortech, ein komplettes Überwachungssystem für zu Hause an. Das Tolle ist, Sie kriegen hier zwei Kameras, und zwar zwei Funkkameras mitgeliefert im Lieferumfang und ein richtig schönes, großes Display mit 9 Zoll, wo ich bis zu vier Kameras, Sie können die Kameras nämlich bei uns einzeln nachkaufen, jederzeit anschließen könnte. Jetzt sehen Sie hier vorne meine Hand. Die ganze Systematik funktioniert nur mit Funk. Das heißt, Sie haben also pro Kamera bis zu 150 Meter Reichweite. Entweder Bereich hinten aus dem Haus raus, vielleicht wohnen Sie am Waldrand, dann kann man das wunderbar machen. Oder eben auch mal vorne die Einfahrt den Bereich vorm Haus absichern. Oder, wie ich eben gesagt habe, vielleicht haben Sie irgendwo auch, tja, einen kleinen Fahrbetrieb, eine kleine Spedition, wo sowas überwacht werden soll. Übrigens bei uns hier in Burgingen, bei uns im Sendergebiet, da gibt es einen Tennisclub, die verwenden genau dieses System auch, um eben die Plätze zu schützen und einfach mal abends auch einen Blick auf den oder aufs Clubhaus zu haben. Ganz toll an dieser Anlage ist, dass ich die ans Internet anschließen kann. Und sobald sich was tut, ich habe nämlich eben wieder ganz viele Bewegungs- und Nachtsicht-LEDs vorne mit integriert, schickt der mir sogar, dieser kleine Monitor, der das alles dann kontrolliert, eine Information auf mein Smartphone oder auf mein Tablet. Das heißt, egal wo Sie unterwegs sind, Sie kriegen eine Alarm-E-Mail geschickt, sollte sich bei Ihnen zu Hause was tun. Jetzt habe ich mich heute Vormittag mal vor der Sendung mit einem Installateur für Sicherheitsanlagen zusammengeschlossen, habe den mal angerufen, habe gefragt, pass mal auf, ich brauche ein funkloses System, zwei Kameras reichen mir. Wenn es geht, noch die Kameras mit Zoom-Funktion, damit ich auch mal ranziehen kann, das kann ich nämlich mit den Kameras auch. Und das eben auch noch mit Sach-, Nachtsicht- und Bewegungsmeldern. Da hat sie mir gesagt, wir haben da derzeit was im Angebot, 2875 Euro. Und ich habe gedacht, alter Verwalter, das ist ja mal richtig Kohle. Sie kriegen bei uns so ein komplettes System und das ist unsere große Stärke, nicht nur von Pearl.de, sondern bei uns auch von Pearl.tv. Wir haben nämlich noch den Pearl.tv-Sonderpreis. Wir können Ihnen das ganze System für 332,41 Euro anbieten. Zwei Funkkameras, das 9 Zoll TFT, sozusagen Sendezentrum oder Empfangszentrum. Sie können da eine SD-Karte, also eine Speicherkarte mit bis zu 64 GB Speicherplatz reintun. Und dann haben Sie natürlich den Vorteil, dass Sie hier auch lange, lange, lange aufnehmen können. Und sollten Sie tatsächlich mal witzige oder, naja, nicht so witzige Dinge aufgenommen haben, können Sie die zum Beispiel auch jederzeit dann weiter auf dem PC verwenden. Und das Tolle ist, dass Sie eben genau dann, wenn sich bei Ihnen zu Hause was tut oder passieren sollte und Sie sind nicht in der Nähe, Ihr Smartphone meldet und sagt, du pass mal auf, ich habe von deinem Überwachungssystem eine E-Mail bekommen. Da stimmt irgendwas zu Hause nicht, da hat sich was getan. Also das ist eine Leistung, wo ich sage, absolut toll. Und diese App, diese Applikation, das Programm, das können Sie sich entweder im sogenannten App Store für die iOS-basierenden Geräte oder im Google Play Store für die Android-Geräte runterziehen. Hier Eis, Schnee, Regen, kein Thema. Das ist alles aus Aluminium gemacht und natürlich hier oben für die Kameras sogar noch ein Sonnenblendenschutz. Und hier unten ist eben der große Bewegungsmelder dran. Sie sehen das, das sieht aus wie so ein kleines Wabenmuster. Das ist wirklich ein ganz tolles System. Den Monitor können Sie natürlich zu Hause überall dahin stellen, wo Sie alles im Blick haben wollen. Sei es in Ihrem Büro, sei es im Wohnzimmer, auf dem Sideboard, vielleicht im Keller oder oben im Dachgeschoss. Alles das ist mit diesem wunderschönen System ganz einfach möglich. Der Preis absolut überragend. 332,41 Euro für das komplette System. Und Sie sehen es, sogar mit Touch-Display eine ganz tolle Sache. Da oben haben wir eine Kamera integriert. Oben links, Sie sehen es am Regal. Und somit haben Sie wirklich alles im Blick. Dann hier Paaren, das heißt also die Funkübertragung herstellen. Und schon haben Sie ein gestochen scharfes Bild. Und am Schluss das alles auch noch in HD-Qualität. Also wenn Sie da nicht zuschlagen, ich weiß es auch nicht. So viele Menschen suchen günstige Überwachungssysteme, die wirklich zuverlässig funktionieren. Wenn Sie dann diese App-Steuerung auch noch dazu haben und auch noch eine Alarm-E-Mail kriegen, sollte zu Hause irgendwas nicht in Ordnung sein, finde ich das wirklich Bombe. Unglaublicher Preis. Die Bestellnummer ist die PX 3749 und die 569. Und jetzt kommen wir noch zum Schluss zu einem ganz aktuellen Thema. Und dafür schenke ich Ihnen was. Das ist nämlich unser Visortech Rauchmelder. Und Rauchmelder sind heutzutage eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache in jedem Haushalt. Denn wenn der Mensch schläft, riecht er nichts. Und meistens ist es so, dass Menschen leider Gottes bei Haus- oder Wohnungsbränden ersticken und nicht verbrennen. Denn die Nase schläft nachts auch. Und deswegen ist es jetzt zum 1.7. endlich in so gut wie allen Bundesländern Pflicht. Neubauwohnungen werden nur noch mit Rauchmeldern ausgestattet, dass ich hier eben eine Rauchmelder-Situation endlich mal darstellen kann. Also, ob im Schlafzimmer, vielleicht im Keller, Gasheizung, je nachdem was Sie haben oder eine Holzheizung, haben Sie hier von uns kostenlos zu jeder Bestellung jeweils einen Rauchmelder, der mit bis zu 85 Dezibel Lautstärke auf sich aufmerksam macht, wenn es irgendwo raucht oder brennt. Es kann auch einfach nur sein, dass Sie vergessen haben, eine Zigarette im Aschenbecher richtig auszudrücken. Und dann klimmt die ganze Nacht der komplette Aschenbecher. Auch hier wird der natürlich sofort Alarm schlagen. Sie haben eine Testfunktion, damit Sie wissen, ob er funktioniert und gleichzeitig auch die Akkulaufzeit, besser gesagt die Batterielaufzeit, auch angezeigt wird. Also, das nenne ich mal eine ganz sinnvolle Gratisartikelthematik für Sie. Bestellen Sie sich den dazu, wie gesagt, zu jeder Bestellung einen kostenlos. Die Bestellnummer für unseren Rauchmelder ist die GRA 10198 und die 569. Ganz einfach zu montieren, läuft autark, braucht keine Kabel und damit sind Sie jetzt auch rechtlich abgesichert. Also, viel Spaß mit unseren Produkten. Es lohnt sich.